Das ist keine AK Munition mehr. Doch, doch. Ich habe gegen die Macker auf die sind ganz so laute. Logisch, vielleicht steht alle Zombies an die hier in der Stadt rum. Ich bin auch relativ weit rausgerannt, bis ich mal geschossen habe. Äh, warten wir auf mich. Wo ist denn das? Pass auf, da kommt ein Walker, ne? Hast du mich gehört? Jaja, Catering Service war gerade hier. Okay. Wer sagt doch, da kommt ein Walker. Wo bist du? Der hat keine Lust mehr, mich zu verfolgen. Der Rettentier Grey über die Wiese. Und da bist du auch! Ich denk doch, wo Rettentier hin? Was ist los? Drei Schüsse für den Scheiß. Kommt irgendwas? Ich hab nichts zu tun. No. Aber ich hab, ich hab keine Blutverluste. Okay, hast du was Gute bei ihm? Ne, nix. Aber ja, klar. Aber ich guck gerade mal wegen, äh, Magazin. Gott, ey. Ja gut, ich hab ne Macker auf, hab ich noch ein bissl. Hm. Hm. Hm, göttlich. Was gibt's denn? Ähm. Diese komischen Dreiecke, wie heißen die? Ähm. Die aus Kartoffeln sind, ähm, Kartoffelpuffer, glaub ich. Kartoffelecken meinst du? Ecken da, ja, Ecken, genau. Und dann am besten find ich frische Pilze in Rahmsoße. Okay. Hm. Weil ich nicht so, nicht so Glaspilze, ne, die normalen wo halt so gibt, sondern frische Pilze. Okay. Ja, nicht aus dem Wald halt, ne, so von uns gepflückt, sondern halt frische. Schon klar. Ja, ich will, 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 ich will. Ah, die sind so geil. Ah, die sind so geil. Daniel, der. Dann ist, komm, da, mach mal hier kurz Pause. Und ist er erst mal. Alles klar. Abort, yes, disconnect. Hm. Ups. Wann ist auch einer? Da kommt einer. Wo? Wo? Ja, scheiße. Scheiße. Jetzt kommen sie. Weg hier, oder? Ja. Lauf. Oh mein Gott. Verhaltlich, ich muss mich spontanieren. Oh Gott. Die rennen alle hinter uns. In den Wald rein, auf. Ja, wir hängen sie ab. Oh Gott. Oh Gott. Wann ist sie abgehängt, oder? ich habe keine Makarov-Magazine mehr Achtung! Du stehst schon weg! Warte, jetzt muss ich mich erst ganz schnell bandagieren Mach das, mach das! Alter, die sind bis hier reingerannt Ich hab so in die Richtung geguckt, da war ein Zombie über dir Ich wollte eigentlich in die Richtung schießen, aber ich wollte es dann auch wieder nicht, weil... Nicht, dass ich dich nicht getroffen habe, weil... Ja, ja, klar Dann habe ich die Zombies, weil du rennst so und ich hab einen erwischt so unterwegs sind Ich hab meinen Makarov leer geballert, eben Echt? Komplett? Komplett Ach du Scheiße! Ich hab die AK Ich hab alles nicht getroffen, das war mein Problem Ich hab die AK benutzt Ich hab den auch zur AK gewwechselt Naja, jetzt haben wir euch jetzt zum Zombie voll Ach shit Wie viel Blut hast du noch? 7.900 Last schon Okay, wir gehen mit, wir können mal weiter Alles klar Ich weiß jetzt gar in welche Richtung wir... Äh, passt schon Hier in der Wald, drei Jetzt sind wir hier im Wald drin Wollen wir mal kurz, ich guck gerade mal kurz Wir sind jetzt gerade nordöstlich unterwegs Oder müssen wir... Wir müssen südöstlich unterwegs Okay, ja, südöstlich meine ich da Wir sind über die Straße gelaufen, ne? Na, ne, wollt euch Da ist aber auch kein Weg Ja, obwohl wir... Ach, wir sind... Ja, wir sind hier unten, okay Elf Uhr hier Nach Westen, nun müssen wir Wie viele? Elf Uhr Ja, ist doch gut Ist noch angenehm viele Spieler dabei Nicht so viel, nicht so... Schön Bam 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 Renn, renn Dann stehst du da so und ich seh die Zombies nur auf dich zurennen Und... Dann hab ich... Dann hab ich der Kargo so... Bam 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 Aufgeballert Ey, jetzt hab ich... Jetzt hab ich 20 Zombies und 10 Headshots Innen 30 Zombies Oh Gott Headshots, wie viel hast denn da? 10 nur Da ist nur... Hab ich auch so viel Ah, okay Da hab ich viel mehr gekillt Theoretisch bin ich jetzt auch richtig, ich deute Dann müssen wir jetzt hier... Da kommen wir da oben schon zum Försterstand Ich bin jetzt hier... Normalerweise... Normalerweise müsste auch die... Na dann müsste eigentlich an dem Hügel auch die Dings sein, die Burg da oben Da links ist noch so Kaff Mhm Das ist hier... Okay, passt hier entlang einfach Wie viel Blut hast du denn noch? 7900 Ja Also das wird schon... Ist nämlich so fahrig wie vorher Jaja, das ist bei mir auch schon die ganze Zeit so Fast scharf Solange es noch über 5000 ist Solange es noch über 5000 ist Gibt's noch ein bisschen schneller, oder? Ja Gibt's noch ein bisschen schneller, oder? Ja Ah Sehr schön Hm? Ach Da vorne ist er doch schon, oder? Ne Bald muss ich... Ich gucke hier rechts, muss er jetzt irgendwo sein langsam Ich guck schon Davon ist er Naja Oder? Doch, das ist er Ja Ich muss bald trinken, essen Ich auch Meine drei unteren Statusanzeigen sind so rot schon fast Blut bei mir ist noch orange, das passt schon So Boah, das sind... Oh, die kommen genauer Pass auf der rechts, gell Mh Wir könnten es auch einfach abknallen Wäre wieder so laut Ja, das ist es ja Wir... Die können locker unsere Spur verfolgen, wenn uns jemand hier ne hilft Bumm, bumm, ah, da sind sie jetzt kaum Bumm, bumm, ah, dahinter jetzt Ruhig mehr Bumm, bumm, ah, da sind sie ja schon wieder Bumm, 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 bumm Bumm Wie schaut's aus? Gut Oh wie geil Was denn? Geh in die Leere Leere? Doch Naja Weiter geht's Die Richtung Ja, Westen, genau Mach ich mal meinen Kompass an Einen Kompass bräuch ich noch Hast du keinen? Du hast einen, oder? Ich hab einen, ja Du hast Rohre einen, oder? Ja Also haben wir doch alles Ah, ich hab gedacht, du hast keinen Du hast auch einen Mir fehlt noch ein Streichholz Ja, okay Das ist, glaub ich Ja, find' mal hier irgendwo Ist bei dir Westen? Ach so, hier Ich halte mich halt an der Waldkante, du wirst So So